Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cars for Style. Mein Name ist Billika und heute begrüße ich euch hier in den PS-Speichern iMac zu der Autogrammstunde mit Tony Mang. Ja, wie der Name schon gesagt, bin ich heute mal zur Abwechslung auf einer Autogrammstunde des fünffachen Weltmeister und ehemaligen deutschen Motorradrennfahrers Tony Mang, der die Kawasaki KR 250 hier auf der Rennsportausstellung hier stehen lassen wird. Was er dazu sagt und und und, das hört ihr gleich. Viel Spaß dabei, liked halt kommentiert das Video und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr immer auf den laufenden Stand saubert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ein kleiner Satz für Ihre Fan-Gemeinde in der ganzen Welt. Oh je. Es fällt Ihnen da ein, dafür, dass Ihr in Ihrer Kawasaki KR 250 hier steht, im PS-Speicher hier in Einbeck. Das freut mich, weil die Leute hier aus der Gegend kommen ja auch extra hierher. Ja, das ist eine super Ausstellung, ein super Museum, da bin ich jetzt schon ganz stolz, dass es hier steht. Dann bedanke ich mich für dieses kleine Gespräch. Vielen Dank.